Ähm, es wäre cool, wenn wir wieder zwei Medics irgendwie entstärken würden. Ja, was soll ich nehmen? Auf fruchtlosen Führer. UAV Operator ist noch frei. Okay, hat's auch einen Sachbearbeiter. Aber ich kann den Stuhl aufstellen, ist kein Problem. Fügst den Richterstatter. Weißt du was, ich habe hier noch einen Kampfleppensrasierer gefunden. Ja, das ist gut. Ich habe den schon weggezogen. Ich habe schon ein Okay gedrückt. Ah, gut. Receiving Mission Fail. Moment, schau mal live, wie gerne ich dabei war. Ich denke nicht, dass du dabei warst, aber das wollen wir gar nicht. Ich habe überhaupt keine Rakete. Das Ziel ist in der Regel etwas plus minus ein Tor. Es ist ein Boxenheft und ich würde ein Boxenheft wieder weg. Wir gehen jetzt. Ein bisschen grosszücken, aber ich ahne. Dirk Red Coordinate. Ja, definitiv. Nein, 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 nein. Westen ist null. Nein, ich habe eigentlich einen Kettenbrief. Ja, eben. Munition ist null in der Westen. Weisst du alles in der Westenbitte? Warte, ich mache das Inventar auf. Also. Danke fürs Licht. Warum bin ich jetzt so erleuchtet? Ich habe gedacht, ich bewerf dich mal mit einem Krikli. Ich bin ja sonst nicht so der Herrsch. Also. Weisst. Ich weiss ja, dass ich heilig bin, aber das nimmt komische Zeug an. Aber eigentlich hast du doch, er wurde erleuchtet und beleuchtet. Das ist alles. Detail, Donnie. Detail. Da kommt mir jedes Mal der Chaga wieder rein. Oder bist du das Zilf-Anteil? Nein. Flieeeee. Das bin ich gewesen. Das bin ich gewesen. Mit einem Scheiss-Krippel-Lehr. Ich rufe so einen Scheiss. Das ist, glaube ich, eines meiner proudesten Accomplishments gewesen. Er. Storben, wenigstens du. Nein. Okay, I miss him. Ich habe dazu entschieden, dass wir im Kriklicht noch einen Chagreger nachwerfen. Das wäre das Problem gewesen. Schedo, was hast du alles in der Westen überhaupt? In der Westen habe ich fast, also eigentlich keine Munition. Dann, wir sind jetzt in der Westen... Ich will wissen, was du in der Westen hast. Eine Banane, Red Bull, Bandage, EdFrenching, Fury, Diffusion, 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 Diffusion... Was ist das weg? Ich habe einen Punkt genommen. Ich habe den Replaytasten gedrückt. Ich habe den Replaytasten gedrückt. Ja, da flippen wir auch in der Indie. Hey, du musst nicht wach bleiben, das hatten ja schon vorher alle gegeben, also es ist eine Nachtversion, also ein bisschen. Da muss man sich äusserischten. Ah, du musst noch Proviante mitnehmen. Nico, Nico! Ich nehme auf Vata, keine Angst. Ich glaube, ich gebe ihm Bergen und packe dort unsere Proviante rein. Haben wir auch Vorsport? Nein, auf Schwellreise hat man doch immer auch Vorsport dabei. Warte, es wäre ja nicht das erste Mal, dass wir die Erlaubnis nach einer Feuer machen fragen. Ja. Jetzt haben wir uns hier weiter die Distanzen trennen und haben wir es unter 52 dabei, ja. Okay, gut, dass das jemand sagt. Ah, wir hätten es unter 52 dabei. Ah, gut, gut! Zur Info, auf dem Server ist der Standard. Mach ich einfach Profis, genau. Da hat uns 3-4-3 Standard. Schnauze. Hey, es gibt noch das Franta und das Spirit. Nebst dem Redkull. Ich habe es nur gerade gesehen, dann muss ich das natürlich kommentieren. Insofern. Alles Idioten. Und du bist der Chef. Das mal nicht, das mal ist es der Marriage. Für was braucht man eigentlich den Deadman-Switch? Das ist, wenn du stirbst, geht es um den Boden. Okay, ich lasse ihn also gefesselt. Nein, ich kann es doch ein wenig ausfinden. Also wenn du den vorne nimmst, wenn du erschossen wirst und den Deadman-Switch auslöst, dann kriegt er das Headquarter mit und du automatisch deine Familie informieren. Okay. Ich würde sagen, wenn ich nicht wüsste, um was es tatsächlich geht, ich würde die Story halb abkaufen. Also, ja, ist fast plausibel. Junge, es gibt wirklich Proviante, denn ich habe noch eine Tomatensuppe und Chicken Tikamasa. Danke. Das ist so der Klassiker. Dring, dring. Grüß dich wohl Frau Meijer. Das ist Müller von der Armee. Wir müssen nicht gleich damit hin, dass sowieso gestorben ist. Wie wissen Sie das? Bildzwulken dorthin ist sehr reinnötig. Bildzwulken. Bildzwulken. Du hast jetzt endlich den ganzen Proviante rausgeworfen. Man. Red Bull kommt auf den Boden. Santa. Dann das Chicken Tee. So, jetzt ist es weg. Bananen noch. So, jetzt ist es gut. So lange ich mit dem Red Bull, der Gegner nicht kann, hier unten ist es. Ja, verdient euch. Was hast du in der Kla... In was? Schöne Kontrolle. Mavericks, hör auf! Ich höre schon Klaus-Raume. Hät einfach gespasse, dann machen wir einen Erbskühlschrank. Ich habe... Ich habe... Was willst du noch wissen? Was in ihrer Kleidung ist. Kleidung? Es geht aber schneller, wenn wir... Spotify-Tool, Morphine, Ebtifedrine... Ja, so höre ich wahnsinnig viel. Haben wir wirklich Samstagabend? Es fühlt sich an wie eine Schule. Das ist das erste Mal, dass ich die Tatskontrolle mache. Ich bin ihm... Und es ist Schimba notwendig. Gut, alles ist gut. Auf geht's. Auf geht's. Hopp, damit wir nicht einmal schönes Wetter haben wir hier. Huren Fotz-Gag. Das ist schon perfekt, oder? Fotz Verbindungskontrolle, Shadow. Verstanden. Verbindung frei. Verstanden Verbindung 3, Nerf. Verstanden Verbindung in Ordnung, Antworten. Verstanden Verbindung 30. Verstanden Verbindungskontrolle, Verbindung 3, Antworten. Verstanden Verbindung 3, Vettel. Verstanden Verbindungskontrolle, Verbindung 3, Antworten. Verstanden Verbindung 3, Mittelweilmöse, auch der Jagger ein Funkgerät haben. Hehehehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Du kannst nicht hierher das Funkgerät holen, du kannst hierher den Nabular holen. Verstanden Verbindungskontrolle. Verstanden Verbindung 3, Antworten. Verstanden Verbindung 3, Antworten. Verstanden Verbindung 3, Schluss. Verstanden Verbindungen. Boom anyway, wer so ein Stückgewicht war can 한번. Wacke jetzt an die Squadron Group fliegen eingefallen. Verstanden Verbindungen. Ich meine das war nicht der Checkpoint, den du gesehen hättest. Nein. Nein, nein, nein. Hast du einen Ungefäß der Ahnung? Ah, eineikant Martins auftrat. Ah Koopこれjus zeiht. Ah, hier von rechtsert er mat Filipen. Na gut, dann did the goacht czę ह đi hin und did Riksig Overwatch! Watch. Tipps auf der Gunnerseed. Wer fahrt? Ich nicht. Welcome to the SOS-Taxi. I'll be your driver today. Okay. Mal schauen ob es an der ötlichen Mülldeponie vorbeifahrt oder ob es jetzt noch ein Schirmplatz ist. Boom. Warte, jetzt läuft die Kiste recht gut, muss ich sagen. Wir fahren Bergo. Hä? Fahr den Bus? Also... Ja, danke. Wer ist da nicht? Warte, all Defensive Driving. Bin ich wieder wach? Ich bin weg. Stimmt. Gib mir noch. Du bist der Merk und Trottel. Letztesche Reingang, wo ich gerade flicke. Träume weiter. Also... Die heutige Wanderung ist gesponsert bei Fuddle Error. Auf gut Deutsch sind wir jetzt weiter weg. Auf gehts. Die ist darum auch verspart. Ah ja. Ich habe es nicht besser, aber länger. Ja. Jetzt nehmt sich ein Red Bull. Ich kann es ein bisschen ablecken. Ja, siehst du mal. Ich habe mich schon gut ausgerüstet, aber... Ja. Man könnte sich den Fazöl vorschicken mit der Ragete. Red Bull verleiht fliegel. Ragete auch, wenn man sie lern Lange einführt. Aber wie machst du ihn dann auf den Titan? Das dauert sich! Das ist ein Elektronzer voiture, das kann ich shortfire. Huck. Stopif. Abstandhalter, Abstandhalter, Abstandhalter. scratching 조금 Ich habe gesehen, Abstand halt! Ich habe versucht auch eine neue Ditzel zu entschärfen. Ei, ei, ei. Er koordiniert nachher das Ganze, die Maverick? Ja, theoretisch ja. Okay. Ich überlege mir eben, ob ich dich und den Nerf auf die rechte Flanke schicken würde. So ein schönes Kreuzfeuer aufziehen. Nein, der Scheiß kann ja nicht zum Schweigen bringen heute. Ja, das ist total nerf. Aber runter, also den richtigen Hang, wo sie uns dann sehen, meinst du? Ja, wir auf der rechten Flanke, weisst du, quasi kreuchen bis auf der Strasse. Ich habe die Jagd of the Hurricans, warte. Das musst du machen. Verstanden, schick. Verstanden, wir rücken bis zur ersten Querstrasse, die von Norden nach Südosten reinkommt und richten uns dort ein zum Angriff. Verstanden, soll ich Nerf und Shadow auf die gleiche Strasse abschicken und auf die rechte Seite antworten? Verstanden, ja. Das wäre eine gute Idee, dass die hier zu unserer Rechte kommen. Wir halten uns ein wenig mehr links. Verstanden, ich gebe es weiter. Gruppennerf in Position. Ja, ich habe Gebüsch vor der Fresse. Ja. 11, wo haben wir das? Also, ich nehme auf jeden Fall das erste Rem-Geschütze. Ja, es geht schon los. Ja, der Rem-Geschütze ist da und der einzige Gräuße gefährlich könnte werden. Ich kümmer mich auch schon drum. Ja, das haben wir jetzt vor Schaltdämpfer weggenommen. Lieber dran gelassen. Ist doch scheiss egal. Wenn sie viele Gegner auf uns aufmerksam machen wollen, dann bitte. Ich habe ihn übrigens in den Rucksack gepackt, statt vorzuschmeissen. Ich auch. Nein, ich würde noch nicht gerne beschossen. Und so hätten wir unbedeckt von der Seite grüschlos beschissen und wären auch nicht getroffen worden. Ja, ist nicht der Wind. Ja, ja. Dann können wir ihn wieder dran kommen. Für mich still LMG. Geil. Alle Kontakte tot, Naruka. Okay, jetzt müsste es aber gehen. Also, wir gehen rein. Wir machen Thermal. Yes, okay. Alles gut. Alles klar. Ja. Wir können weiter, Dani. Ja. Check. Passing Malaric. Ja, Treffer. Multiple Hits. Ja, von Bipersmet by. Passing Shadow. Ja. Pass. Jawohl. Passing. Ah, shit. Earplugs. Ja. Passing. 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 Lass mich nicht. Passing Siggine. Übernehmen gerade Tromm. Ich sehe, im Thermal. Passing. Schalken. Die Zipping fertig. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Siggine Schalken. Ein lad noch. Wo hast du noch was? Höch im Hügelopen. Hälfte erledigt. Okay. Das Ding hat sogar Thermosicht. Ist ja geil. Das ist der Grund, warum man sich damit nicht anlegen will. Einer von vielen. Alle Einsatzbereit? Fragen bestätigt. Mann, Sigi, Richtung Null. Hügel. Observation. Sigi, du sollst über auf den Hügel. Zieh, zieh, zieh. Ich habe die Hälfte nicht zu verstanden. Ich habe die Hälfte nicht mehr. Ist ein wenig weit von hier zu kämpfen. Ja, und vor allem unterschauen, es hat Zwieweis drunter. Also nicht einfach das Erschiessen, das rum ist. Nein. Marek, ich glaube die anderen haben noch Kaffeekranzli hinten. Ich weiss, ich warte bis sie es merken. Ähm... Der hier zur inneren Position. Verstanden. Der Rest des Truppes langsam Richtung Compound. Auf 93 Fahrer rücke. Ich rücke gleich ab. Soll ich auch füren oder kann ich von hier oben Führschuss gehen? Nein, du gehst mit. Okay. Er macht nur ein Hit-and-Run, weissch. Okay. So, ich bin jetzt links von dir. Du hast die drei Fahrzeuge dort unten gesehen. Moment kurz. Ja. Ähm, Maverick. Ja. Soll ich mit dem Chugger schauen, ob ich einen LMG-Stellung habe? Ja, schau mal wegen der Stellung, das wäre gut. Gut. Ähm, ich will, dass du den hintersten lockst. Mhm. Ich bin mit dem Fahrsprung, dann lockst du den und blasest ihn weg. Ah, mein Charakter steht auf. Ja, schau, ich stehe drauf. Und danach nimmst die Führseite. Chug, verstanden, Schick. Verstanden. Hatt mal Ausschau nach einer guten LMG. Bäh. Mavry, die Minute ist rum. Was meinst du? Hey, Tnojero. Chugger, wie sieht es bei euch aus? Verstanden. Wir haben eine provisorische Deckung jetzt und fertig ausgehoben. Sinarim Senpai. Antworten. Verstanden. Sobald der Raketeneinschlag beleuchtet sie dort unten. Verstanden. Redo, Feuer frei. Ich bin da, aber ein bisschen unter Bischos. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Merrick, Verfatal. LMG, Rot, Schluss. Merrick, Verfatal, Antworten. Merrick, Verfatal, Antworten. Schäden von Fatal, Antworten. Schäden von Fatal, Antworten. Schäden von Fatal, Antworten. Schäden, verstanden. Antworten. Verstanden, auf deiner Rechte hat der Schickmotor-Auto vom Sigi gesagt, er gibt keine Antwort, gehen wir davon aus, dass er da ist. Kümmer dich darum, dass er wieder steht, antworten. Verstanden, kümmere mich darum, antworten. Verstanden, das ist auch der, der halt mich vom Laufenden, Schluss. Ah, du schiessen dort vorne, es nervt. Left leg, Morphine, und dann nochmal IP, und dann probieren wir das nochmal. Zack, IP kommt. Zack. Du bist bandagiert. Ah, fuck. Beim Thorsen kannst du die CPR. Moment. Thorsen, 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 CPR. Erster Liter Blut. Airforming CPR. Gut, wenn der Rest reinläuft, komm, gib mir mal einen... Nein, ich... Diagnose, wo du nicht bandagst. Leute, es wäre sehr viel einfacher, wenn ihr kommt nicht aufhören, auf uns zu schießen. Geil, das habe ich ja schon gesagt, aber sie hören nicht auf uns. Blut. Verstanden. Äh, war er genervt, er gehört mich auch noch. Ähm, respawnen. Wir fallen zurück, in dem Fall, wenn ich die 3 Minuten nicht ziehen. Es hat doch keinen Sinn, wir kriegen euch dort nicht raus. Okay. Ich bin abgehört, wir fallen zurück. Smoken, smoken, smoken. Gut. Und weg. Und los, Sigi, wir sind gegangen. Ja. Ah, schnellerer Berg. Rennt nicht gerade, rennt nicht gerade, rennt quer. Gut, Chager mit dir als Bene. Jep, mir geht super. Mir strahlt die Sonne aus dem Arsch. Antworten. Verstanden, du vertälst Sonne, Bro. Wir sammeln uns beim Checkpoint, wo wir hochgenommen haben. Schauen wir nachher weiter. Schluss. Digi, lass mich D-Mog schnell befummeln. Ich weiss nicht warum... Das war eine richtig böse Idee. Was denn? Ja genau! Das Ding ist mobil. Vater, antworten. Verstanden, Schick. Verstanden. Wie geht's denn da unten? Antworten. Keine Ahnung, aber gleichzeitig ziemlich scheisse. Antworten. Verstanden, wir rücken vor zu dir. Schluss. Wer hat das gemacht, wenn ich D-Mog gemacht hätte. Natürlich. Er hat sich aufs Wägel mitgenommen. Das ist der Jogger. Du musst fragen. Also, wer hat die Schufel? Ähm... Warten wir schnell. Ist gut, ich geh. Dicks Mal Trench, ich kann machen. Trench, du musst den Jogger rein. Gut. So viel lebt in so einem gar nicht mehr. So viel lebt in so einem gar nicht mehr. Könntest du mir so eine Funke zu schiessen? Das tut mein Funke wirklich nicht mehr. Hast du vielleicht aus, dass sie eben keine Alpen stellen? Vielleicht hört ich wirklich nicht die Funke. Verstanden, Vater, Verbindung 3. Wir hatten doch ein wenig das Funkproblem. Ich habe mir jetzt mein altes Funkgerät aus der Leichen geholt. Seitdem tut mein Funke wieder. Verstanden, Jogger, schick. Verstanden. Ja, das ist auch notwendig. Ich bin nicht zu kontrollieren. Ähm... Die, die nichts mehr gehört, sollen mal dieses Funkgerät rebooten. Einfach ausschalten und einstellen. Antworten. Wie schaltet man es aus? Das ist schräg. Den Jogger höre ich nicht am Funke. Der Maverick schon. Test. Du kannst es, äh... Wenn es öffnet, kannst du oben dran, kannst du den Kanal wechseln. Ja. Du kannst es auch auf Off stellen. Du kannst das System rebooten. Off und eins. So geil! Unsere Funk läuft in Windows X, aber da braucht es ab und zu einem Reboot. Hast du eine Ahnung, wo der... Rechts, rechts, rechts. Das andere rechts. Nicht rückwärts. Einfach nur rechts. So. Ja. Der gleiche Weg, wo wir gekommen sind. Wenn wir... Äh... Die Frage ist, können wir nicht überhaupt oben? Hahaha. Wenn wir den Strassen angehen, schon, ja. Ja. Dann folgt der Strassen. Ähm... Hä? Ja. Ja. Also... Folgen der Strassen. Jetzt gehen wir aber nicht zurück zum Overwatch. Nein. Wir sitzen da vorne links. Dann gehen wir den Hügelkamm halt irgendwie wieder auf. Achso. Dann gucken wir, ob wir nicht runterkommen. Komm jetzt. Da ist fast flach. Aber hör doch mal. Der Ding war... Bäume sind einfach ein wenig schräg. Aber sonst ist es flach, ja. Ja. Wir gehen zurück zur Base. Und auch unser Ducker ist im Führerark hinten gesteckt. Hahaha. Er hat mal schnell stehen, Nico. Jo. Wie hast du genau ein bisschen Blut verloren können? Ich bin einfach mal noch schnell niedergeschossen worden. Okay. Wieso machst du das? Es tut doch weh. Es hat Spaß. Bist du auch da und gegangen, Dani? Nö. Wohl bist. Du bist vor dem Blechhütchen zusammengeschossen worden. Ah, ja. Hat in einem Fall nicht weh gemacht. Ja, wir haben uns auch geschaut. Heisst du nicht los, Blut? Ja, ich bin eben sparsam mit meinem Blut. Du läufst vermutlich über einen Liter. Sag ich doch, sparsam. Weisst du, das ist nur mein Liter. Du bist kraftvoll. Bin zu busy. Und du kriegst mal ein Liter. You get a litter. You get a litter. Everyone. Littering. Und du kriegst noch ein Blut. Genau, ist jetzt da das Littering. Maybe, maybe ja. Hei hat angelufen. Ich muss Bürokram erledigen. Ich bin dann auch im Büro. Also, daher, dass wir bei diesen Operationen auch minimale Kollateralschäden schauen müssen, Vorher habe ich gedacht, ich sei es ein bisschen down. Hehehe, was ist das? Nein! Es ist wieder! Nicht mit mehr Punch, aber es ist wieder! Taghaftes Nies. Kann ich wieder wo abhocken oder putzen? Ja, ja, ja. Warte, ich schnaufe. Maverick wird immer so cranky, wenn er uns Gras gebissen hat. Ja, am besten, ich weiss. Ich brauche einen Nicholson. Hey, vielleicht habe ich es im Arsenal an diesem Inventar. Ich halte dich gleich aus dem Putt schon! Ich habe Bieten, Bananen, Sprite, Red Bull, Santa. Chicken Chica Masala. Chicken with Herb Dumplings. Und ein Creamed Tomato Soup. Was willst du? Chicken Masala, nimm dir! Also, ich schmeisse es in den Helikopter. Kannst du schauen. Hey, Junk, da ist im Fall ein Toolkit drin. Nimm sie diesen Schmidt, gell? Fuck of fuck yourself! Hahahaha! Hahahaha! Also, die Geisle hat den Mörsel. Ja! Hahahaha! 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 Ist das Stockholm-Syndtraum? Hahahaha! Hahahaha! Hauptsächlich schwarz mit leichter-grünem Sprinkel und süsses Violetten von Bäumen. Antworten! Na dann! Gute Nacht! 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 Gute Nacht!